ja hallo hier seht ihr die evs e1 m40 der firma chrome aus der schweiz dies ist eine mobile ladebox zum laden von elektroautos in dieser version wie ich sie bestellt habe kann sie bis zu 22 kw ladeleistung abgeben dazu ist ein ce kabel dreiphasig 32 ampere montiert welches relativ dick ist mit sechs quadrat in der typ 2 dose steckt ein 10 meter typ 2 kabel was ich ebenfalls bei der firma chrome geordert habe leider ist das kabel so steif dass es auf den boden drückt und die box nach oben hebelt dadurch ist leider kein sicherer stand gewährleistet sie steht quasi auf zwei beinen das ist nicht schlimm aber auch nicht wirklich schön an der box selbst seht ihr dass ich da einen adapter mit einem camping stecker dran gesteckt habe den habe ich ebenfalls bei der firma chrome geordert gehabt damit ich in der garage laden kann wo ich leider nur eine phase mit 16 ampere zur verfügung habe so jetzt steckt die die box in der dose und hat strom und zeigt dann kurz den eingestellten ladewert das hat man jetzt nicht gesehen danach schaltet sie auf grün sobald alle sicherheitschecks erfolgreich durchlaufen sind hält man nun den start stoppt hast da fünf sekunden gedrückt lässt sich die ladeleistung auch verändern und zwar kann man einstellen 6 8 13 16 20 und 32 ampere in dieser version blau ist dann 16 ampere und das ist in dem fall nun richtig an der campingsteckdose ihr seht das blinken einige sekunden muss man dann warten dann speichert die box den wert und es kann dann schon losgehen dazu stecke ich jetzt das typ 2 kabel in unseren schönen neuen smart man hört dann auch die verriegelung des autos und schon kann kann es eigentlich losgehen an der box muss man dazu dann den grünen blinkenden taster drücken anschließend hat man ebenfalls ja da hat man es gehört also das schalten des schützes nehme ich das an ist es und auch die verriegelung des typ 2 steckers der in der ladebox ja das unten der start stopptaster leuchtet grün das heißt alles ist in ordnung und das auto wird geladen an der pulsierenden lampe rechts oben hat man gesehen dass sich da was tut und in der neuen version dieser chrome box wird damit signalisiert und welcher leistung geladen wird umso schneller das pulsieren ist umso mehr leistung geht über die leitung ja hier im smart hat man in der steckdose jetzt auch hier im tacho gesehen dass er lädt alles wunderbar